Jumalate wabeste ba-ke-geek Nebensätze mit das-eins Jumalate wabeste ba-ke-geek Nebensätze mit das-eins Das Wetter wird vielleicht morgen besser. Jumalate wabeste ba-ke-geek Das Wetter wird vielleicht morgen besser. Das Wetter wird vielleicht morgen besser. Woher wissen Sie das? Woher wissen Sie das? Woher wissen Sie das? Ich hoffe, dass es besser wird. Ich hoffe, dass es besser wird. Ich hoffe, dass es besser wird. Er kommt ganz bestimmt. Er kommt ganz bestimmt. Er kommt ganz bestimmt. Er kommt Mit meinen hast die? Ist das sicher? Ist das sicher? Ist das sicher? Ich weiß, dass er kommt. Ich weiß, dass er kommt. Er ruft bestimmt an. Er ruft bestimmt an. Woran? Wirklich? 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 Ich glaube, dass er anruft. Der Wein ist sicher alt. Der Wein ist sicher alt. Wissen Sie das genau? Wissen Sie das genau? Wissen Sie das genau? Wissen Sie das genau? Ich weiß, dass er alt ist. Ich vermute, dass er alt ist. Ich vermute, dass er alt ist. Wirklich? 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 sehr gut aussieht ich finde dass er sogar sehr gut aussieht der chef hat bestimmt eine freundin der chef hat bestimmt eine freundin Glauben Sie wirklich? Es ist gut möglich dass er eine freundin hat Es ist gut möglich dass er eine freundin hat Es ist gut möglich dass er eine freundin hat Nebensätze mit das zwei Nebensätze mit das zwei Nebensätze mit das zwei Nebensätze mit das drei Es ergt mich, dass du schnarchst. Es ergt mich, dass du schnarchst. Es ergt mich, dass du so viel Bier trinkst. Es ergt mich, dass du so viel Bier trinkst. Es ergt mich, dass du so viel Bier trinkst. Es ergt mich, dass du so viel Bier trinkst. Es ergt mich, dass du so viel Bier trinkst. Es ergt mich, dass du so viel Bier trinkst. Es ergt mich, dass du so viel Bier trinkst. Ich glaube, dass er einen Arzt braucht. Ich glaube, dass du so viel Bier trinkst. Ich glaube, dass du so viel Bier trinkst. Ich glaube, dass er krank ist. Ich glaube, dass er krank ist. Es ergt mich, dass du so viel Bier trinkst. Ich glaube, dass du so viel Bier trinkst. Ich glaube, dass du so viel Bier trinkst. Ich glaube, dass er jetzt schläft. Ich glaube, dass du so viel Bier trinkst. Wir hoffen, dass er unsere Tochter heiratet. 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 Wir hoffen, dass er unsere Tochter heiraten. Wir hoffen, dass er unsere Tochter heiratet. Ich hoffe, dass er unsere Tochter heiratet. Wir hoffen, dass er viel Geld hat. Wir hoffen, dass er Millionär ist. Wir hoffen, dass er Millionär ist. Ich habe gehört, dass deine Frau einen Unfall hatte. Ich habe gehört, dass deine Frau einen Unfall hatte. Ich habe gehört, dass deine Frau einen Unfall hatte. Ich habe gehört, dass sie im Krankenhaus liegt. Ich habe gehört, dass sie im Krankenhaus liegt. Ich habe gehört, dass sie im Krankenhaus liegt. Ich habe gehört, dass dein Auto total kaputt ist. Ich habe gehört, dass dein Auto total kaputt ist. Ich habe gehört, dass dein Auto total kaputt ist. Ich habe gehört, dass dein Auto total kaputt ist. Es freut mich, dass sie gekommen sind. Es freut mich, dass sie gekommen sind. Es freut mich, dass sie gekommen sind. Es freut mich, dass sie Interesse haben. 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 Es freut mich, dass sie das Haus kaufen wollen. Es freut mich, dass sie das Haus kaufen wollen. Es freut mich, dass sie das Haus kaufen wollen. Es freut mich, dass sie das Haus kaufen wollen. Es freut mich, dass sie das Haus kaufen wollen. Es freut mich, dass sie das Haus kaufen wollen. Es freut mich, dass sie das Haus kaufen wollen. Ich freut mich, dass sie das Haus kaufen wollen. Es freut mich, dass sie das Haus kaufen wollen. Es freut mich, dass sie das Haus kaufen wollen. Es freut mich, dass sie das Haus kaufen wollen. Ich freut mich, dass sie ein Taxi nehmen wollen. Es freut mich, dass sie ein Taxi nehmen wollen. Ich freut mich, dass sie ein Taxi nehmen wollen. Ich freut mich, dass sie ein Taxi nehmen wollen. Ich freut mich, dass sie das Haus kaufen wollen. Ich freut mich, dass sie das Haus kaufen wollen. Nebensätze mit ob Nebensätze mit ob Nebensätze mit ob Ich freut mich, dass sie das Haus kaufen, Ich weiß nicht, ob er mich liebt. Ich weiß nicht, ob er zurückkommt. 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 Ich weiß nicht, ob er mich anruft. 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 mich anruft. Ich weiß nicht, ob er mich anruft hat. Ich frage mich, ob er lügt. Ich frage mich, ob er wohl an mich denkt? Ich frage mich, ob er wohl eine andere hat? Ich frage mich, ob er wohl eine andere hat? Ob er wohl die Wahrheit sagt? 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 Ich frage mich, ob er wohl die Wahrheit sagt? Ich frage mich, ob er wohl die Wahrheit sagt? Ich frage mich, ob er wohl die Wahrheit sagt? Ich frage mich, ob er wohl die Wahrheit sagt? Ich frage mich, ob er wohl die Wahrheit sagt? Ich frage mich, ob er wohl die Wahrheit sagt? Ich frage mich, ob er wohl die Wahrheit sagt? Ich frage mich, ob er wohl die Wahrheit sagt? Ich frage mich, ob er wohl die Wahrheit sagt? Ich frage mich, ob er wohl die Wahrheit sagt? Ich frage mich, ob er wohl die Wahrheit sagt? Ich frage mich, ob er wohl die Wahrheit sagt? Ich frage mich, ob er wohl die Wahrheit sagt? Ob er mich wohl wirklich mag? Ob er mich wohl wirklich mag? Ob er mir wohl schreibt? 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 Ob er mich wohl heiratet? 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 Konjunktion 1 Konjunktion 1 Konjunktion 1 Konjunktion 1 Warte, bis der Regen aufhört warte 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 bis ich fertig bin warte bis ich fertig bin warte bis er zurückkommt warte bis er zurückkommt warte bis er zurückkommt warte bis meine haare trocken sind warte bis der film zu ende ist 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 warte bis die ampel grün 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 ist warte bis der fenster warte bis der stream du bist denn Ja, noch bevor die Sommerferien beginnen. Ja, noch bevor die Sommerferien beginnen. Reparier das Dach bevor der Winter beginnt. 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 Wasch deine Hände bevor du dich an den Tisch setzt. Reparier das Dach bevor der Winter beginnt. Wasch deine Hände bevor du dich an den Tisch setzt. Reparier das Dach bevor du dich an den Tisch setzt. Reparier das Dach bevor du dich an den Tisch setzt. Schließ das Fenster bevor du raus gehst. Schließ das Fenster bevor du raus gehst. Wenn kommst du nach Hause? Wenn kommst du nach Hause? Nach dem Unterricht? Nach dem Unterricht? Ja, nachdem der Unterricht aus ist. Nachdem er einen Unfall hatte, konnte er nicht mehr arbeiten. Nachdem er einen Unfall hatte, konnte er nicht mehr arbeiten. Nachdem er die Arbeit verloren hatte, ist er nach Amerika gegangen. Nachdem er die Arbeit verloren hatte, ist er nach Amerika gegangen. Nachdem er die Arbeit verloren hatte, ist er nach Amerika gegangen. Nachdem er nach Amerika gegangen war, ist er reich geworden. Nachdem er nach Amerika gegangen war, ist er reich geworden. Nachdem er nach Amerika gegangen war, ist er reich geworden. Nach Amerika gegangen war, ist er nach Amerika gegangen. Nachdem er nach Amerika gegangen wäre, ist er nach Amerika gegangen. Nachdem er nach Amerika gegangen war, ist er nach Amerika gegangen. Seit wann arbeitet sie nicht mehr? Seit ihrer Heirat? Seit ihrer Heirat? Seit ihrer Heirat? Seit ihrer Heirat? Bleh, oi aze wakti kje izdewaas کرdhe ist, dieger karr nimmie kenne. Bleh, oi aze wakti kje izdewaas کرdhe ist, dieger karr nimmie kenne. Bleh, oi aze wakti kje izdewaas کرdhe ist, dieger karr nimmie kenne. Bleh, oi aze wakti kje izdewaas کرdhe ist, Seitdem sie geheiratet hat, arbeitet sie nicht mehr. Seitdem sie geheiratet hat, arbeitet sie nicht mehr. Aus dem sie geheiratet hat, arbeitet sie nicht mehr. Seitdem sie geheiratet hat, arbeitet sie nicht mehr. Sie sind glücklich. Sie sind glücklich. Seitdem sie sich kennen, sind sie glücklich. Seitdem sie Kinder haben, gehen sie selten aus. Seitdem sie Kinder haben, gehen sie selten aus. Sie sind glücklich. 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 Wann Telefoniert Sie? Wann Telefoniert Sie? während der Fahrt? während der Fahrt? Wann Telefoniert Sie? Wann Telefoniert Sie? Ja, während Sie Auto fährt. Wann Telefoniert Sie? Ja, während Sie Auto fährt. Ja, während Sie Auto fährt. Wann Telefoniert Sie? Wann Telefoniert Sie? Sie telefoniert, während Sie Auto fährt. Wann Telefoniert Sie? Sie telefoniert, während Sie Auto fährt. Sie telefoniert, während Sie Auto fährt. Wann Telefoniert Sie? Sie 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 hört Musik, während sie ihre Aufgaben macht. Sie hört Musik, während sie ihre Aufgaben macht. Ich sehe nichts, wenn ich keine Brille habe. Ich sehe nichts, wenn ich keine Brille habe. Ich sehe nichts, wenn ich keine Brille habe. Ich verstehe nichts, wenn die Musik so laut ist. Ich verstehe nichts, wenn die Musik so laut ist. Ich verstehe nichts, wenn die Musik so laut ist. Ich verstehe nichts, wenn die Musik so laut ist. Ich verstehe nichts, wenn die Musik so laut ist. Ich verstehe nichts, wenn die Musik so laut ist. Ich verstehe nichts, wenn die Musik so laut ist. Ich verstehe nichts, wenn die Musik so laut ist. Ich verstehe nichts, wenn die Musik so laut ist. Wir nehmen ein Taxi, wenn es regnet. Wir reisen um die Welt, wenn wir im Lotto gewinnen. Wir reisen um die Welt, wenn wir im Lotto gewinnen. Wir reisen um die Welt, wenn wir im Lotto gewinnen. Wir fangen mit dem Essen an, wenn er nicht bald kommt. Wir fangen mit dem Essen an, wenn er nicht bald kommt. Wir fangen mit dem Essen an, wenn wir im Lotto gewinnen. Untertitelung des ZDF, 2020